Ja, warum zeigt der TM5 nach eurer Reparatur nur noch die Hälfte an? Diese Frage bekomme ich ganz oft gestellt und möchte eigentlich mal ganz kurz erläutern, was ihr für einen Fehler gemacht habt bzw. wo der Fehler zu suchen ist. Die Ursache ist folgendes, dass ein Fuß des Waagesensors, der hier unten drunter ist, nicht mehr komplett rausguckt. Und zwar habt ihr die Schraube, diese Schraube zum Beispiel, die man da sieht, nicht ganz reingeschraubt. Ich zeige euch mal die andere Schraube, da kann man sehen, die ist wesentlich weiter drin als diese Schraube. Und damit guckt der Waagesensor nur noch ein Bruchteil raus und dadurch wiegt er auch nur noch die Hälfte. Das ist die ganze Ursache. So, ich nehme hier meinen langen Torx-Schraubendreher, schraube diese Schraube wirklich bis zum Anschlag rein. Wenn es geht, nehmt bitte keinen Akkuschrauber, weil mit dem Akkuschrauber habt ihr kein Gefühl, wann die Schraube richtig fest ist. So, jetzt sind die Schrauben richtig verschwunden. Sieht man da, richtig schön durch das Dübelloch durch, so nenne ich das Ding immer. Und dann stimmt auch die Waage wieder. Das heißt, wenn ich jetzt wiege, wiegt er nicht mehr die Hälfte, er wiegt nicht 100 Gramm weniger, er wiegt nicht 200 Gramm weniger, sondern jetzt wiegt er wieder exakt. Und das ist die ganze Ursache, warum der nicht mehr richtig wiegt. Das heißt, achtet bitte drauf, dass ihr die Schrauben wirklich weit genug durchdreht, durch euer Gehäuse, beziehungsweise in das Gehäuse hinein, nicht durch das Gehäuse hindurch. Das wäre fatal. Ja, das ist die ganze Ursache und ich hoffe, ich habe euch damit nochmal geholfen. Schaut da ruhig nochmal nach, schraubt die Schrauben nochmal richtig rein und dann klappt das Ganze auch. Bis dann, euer Lars vom Gausterhaus.